Wir wissen, wir wissen ja, es gibt keine Cancel Culture. Gibt es nicht. Wir wissen, Cancel Culture sind Talking Points von den Rechten. Es gibt keine Cancel Culture. Gibt es nicht. Vor einiger Zeit wurde die Journalistin und Ärztin Nemi El-Hassan gecancelt. Durch eine Cancel Culture, die es nicht gibt. Aber sie wurde gecancelt. Sie wurde gecancelt, weil sie als Palästinenserin 2014 auf einer Demo mitgegangen ist am Al-Quds-Marsch. Man muss wissen, 2014 war Protective Edge, als Israel den Gaza-Streifen massiv bombardiert hat. Nemi El-Hassan ist Palästinenserin und war eben auf dieser Demo. Und die wurde fertig gemacht. Es gibt so einen Wappler. Ich möchte jetzt nicht mehr so oft das Wort Hurensohn in den Mund nehmen. Meine herzallerliebste Freundin hat ein bisschen mit mir geschimpft. Und ich werde das jetzt zu Irfan Petschi nicht sagen. Ich werde nicht zu ihm sagen, dass er ein Hurensohn ist. Er ist einfach ein Wappler, ein Geschissener, wie man in Wien auch so schön sagt. Und der hat über Telegram mit ein paar so kleinen Insels, die gerne seinen Schwanz wichsen würden oder vielleicht auch an seiner Rosette schnüffeln würden, eine kleine Kampagne gestartet gegen die Journalistin Nemi El-Hassan, die dann von der Bild-Zeitung dankbar aufgegriffen wurde. Und das Ganze wurde dann zu einem Shitstorm gegen sie. Das ist sie, Nemi El-Hassan. Und das hat dazu geführt, dass sie als Moderatorin von der Sendung Quarks im WDR gecancelt wurde. Von einer Cancel-Culture, die es nicht gibt. Und ich lese euch jetzt den Artikel vor. Ich lese euch jetzt den Artikel vor von der Nemi El-Hassan. Ich bin Palästinenserin. Deal with it. Wissen Sie, was erlernte Hilflosigkeit ist? Ich bin auf den Begriff gestoßen, als ich einen Psychologen gefragt habe, wie er meinen Gemütszustand erklären würde. Diese Mischung aus purer Panik, die einen im Moment verharren lässt und einem buchstäblich die Luft zum Atmen nimmt. Die Angst vor der nächsten Hiobsbotschaft der kommenden Stunden, Tage und Wochen. Und vor einer zwischen diesen Erregungszuständen immer wieder aufblitzenden Gleichgültigkeit. Immerhin, ich lebe und fühle und schlafe noch. Solange ich nur schlafen kann, muss alles gut sein. Er lernte Hilflosigkeit, sagte er, sei das, was das menschliche Gehirn als Leere aus Ereignissen zieht, die einen vor die Trümmer der eigenen Existenz stoßen und gegen die man sich wehren versucht. Nur um zu erkennen, dass all das Handwerkszeug, dessen man sich im Laufe der Zeit zu bedienen gelernt hat und das sonst in Ausnahmesituationen half, plötzlich wirkungslos geworden ist. Man lernt, dass die Wirkmächtigkeit des eigenen Handels und damit der Einfluss auf alles entscheidende Geschehnisse nichtig ist. Ein in seiner Absolutheit brutaler Kontrollverlust. So in etwa fühlt es sich an, wenn die Bild-Zeitung es sich zur Aufgabe gemacht hat, dich in aller Öffentlichkeit zu demontieren. Genau das ist mir in den vergangenen Wochen widerfahren. Nachdem in rechten Foren Fotos aus dem Jahr 2014 aufgetaucht waren, die mich auf der Al-Quds-Demonstration zeigen, auf der in der Vergangenheit antisemitische Parolen gerufen wurden, griff die Bild-Zeitung diese auf und titelte anlässlich meines angekündigten Engagement als neue Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks im WDR Islamismus-Skandal. Die Fotos verknüpfte das Blatt mit aus dem Kontext gerissenen Videoschnipseln, Schnipseln eines Wortbeitrags von mir, den ich vor Jahren im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aufgezeichnet hatte und in dem ich ergänzt durch islamwissenschaftliche Quellen mein Verständnis des Begriffs Dschihad darlegte. Ein redaktionell abgenommener Beitrag, wohlgemerkt, betreut durch eine der renommiertesten Islamwissenschaftlerinnen Deutschlands. Das hat sie gemacht. Sie hat Dschihad. Sie hat erklärt, wie sie für sich das sieht. Dschihad. Das darf man in Deutschland nicht. Es ist ein böses Wort, Dschihad. Das darf man nicht benutzen. Dune, der Film, der gerade im Kino läuft, gibt es übrigens auch ein Dschihad. In Deutschland darf man das nicht sagen. Doch das Narrativ war gesetzt. In Deutschland darf man nicht Dschihad sagen, weil dann schmelzen die Schneeflöckchen und drehen durch und fangen an, auf Telegram ihren Hass in die Welt hinaus zu ejakulieren. Doch das Narrativ war gesetzt. Hier die vermeintlich antisemitische und islamistische Moderatorin mit palästinensischen Wurzeln, der angeblich die Fähigkeit zu wissenschaftlichen Denken fehle, weil sie Muslimin sei. So zumindest insinuierte das der jüngst abgesetzte Spielchef Julian Reichelt in einer biologistisch anmutenden Zuschreibung. Das war übrigens nicht der Grund, warum er dann abgesetzt wurde. Und dort der Rest der Gesellschaft, der sich mit einer solchen Person nicht gemein machen will. Das von rechtsextremen Internetaktivisten initiierte und von der Bild-Zeitung in weite Teile der Öffentlichkeit getragene Narrativ wurde anfangs von vielen Medien übernommen. Und dazu möchte ich was sagen. Der Rest der Gesellschaft, der sich mit einer solchen Person nicht gemein machen will. Mir ist das wurscht. Ich werde immer zu Leuten wie die Nemi El Hassan halten. Und wenn ich ganz alleine bin, es ist mir scheißegal. Und diese ganzen kleinen Kröten, die glauben, sie sind die starken Männer, weil sie irgendwie auf Telegram oder auf Twitter irgendwas in die Welt hinaushängen lassen, sind einfach nur Würstel im Vergleich zu mir. Meine Entschuldigung und Recherche reichte nicht aus. Natürlich darf auch die Bild-Zeitung zur Vergangenheit einer öffentlichen Person recherchieren und Fragen stellen, so wie jedes andere Medium auch. Dass das ein hohes Gut ist, das nicht verletzt werden darf, versteht sich von selbst. Aber es gibt eine Grenze zwischen kritischer journalistischer Arbeit und einer gezielten Kampagne zur Demontage einer Person. Diese Grenze wurde in meinem Fall überschritten. Für meine Teilnahme an der Demonstration habe ich mich frühzeitig in einem Spiegel-Interview entschuldigt. Ich habe Fragen zu meinem persönlichen Werdegang beantwortet und zu Themen, die für mich bis dato von privater Natur waren und plötzlich das öffentliche Interesse auf sich zogen. Aber ich habe auch hinter den Kulissen Fragen beantworten müssen, die in erster Linie rassistische Annahmen transportierten und ein schlechtes Licht auf diejenigen in den Sendeanstalten warfen, die sie mir stellten. Rein rational waren diese Fragen nicht erklärbar. Aber all das half nichts. Es half auch nicht, dass Recherchen von Zeit Online zeigten, wie diese Kampagne in dezidiert rechten und rechtsextremen Formen wie der Honigwabe und auf Gegenstimme TV von langer Hand vorbereitet worden war. Dass der geschießene Irfan Pejci, einst Al-Qaida-Mitarbeiter, später V-Mann und mittlerweile rechtsaußen unterwegs, eine stabile Karriere, ein stabiler Typ scheint das zu sein, der geschießene Irfan Pejci, nach eigener Aussage hunderte von Videos und Fotos auswertete, auf der Suche nach Spuren von mir, um sie in genau dem Moment zu veröffentlichen, wo sie den größtmöglichen Schaden anrichten würden. Rechte nennen diese Strategie De-Islamisierung. Damit wollen sie möglichst viele Menschen muslimischen Glaubens aus der Öffentlichkeit hinausdrängen. In einem Video, in dem die Rechten um Irfan Pejci ihre Kampagne beseelt Revue passieren lassen, der WDR hatte die Zusammenarbeit mit mir unlängst ausgesetzt, kommen sie zu dem Schluss, dass Judending, so nennt es einer der rechten Aktivisten, der anonym bleibt und sich im Netz Schlomo Finkelstein nennt, sei besonders effektiv. Also das Judending ist entscheidend diese zusammengezimmerten Antisemitismusvorwürfe. Damit meinen sie ihr Vorgehen, bei dem sie den Antisemitismusvorwurf gezielt im Kampf gegen Muslime instrumentalisieren. In Zukunft müsse man letzteren daher noch viel häufiger hervorholen. Zu erwähnen, dass es den Rechten noch nie um den Schutz jüdischen Lebens ging, ist wohl so banal, wie das Gegenteil dessen zu behaupten absurd wäre. Und dennoch ist es momentan notwendig. Der derart plumpe Hass auf muslimische und palästinensische Menschen hätte keinen so durchschlagenden Erfolg gehabt, hätten sich die Initiatoren dieser Kampagne nicht bewusst mit dem Antisemitismusvorwurf gewappnet. Im Land der Täter will sich verständlicherweise niemand in eine Situation begeben, die nahelegen könnte, dass man sich nicht vehement an der Bekämpfung des gesamtgesellschaftlichen Problems Antisemitismus beteiligt. Und so schien, als mein Gesicht wochenlang mit personifiziertem Antisemitismus gleichgesetzt wurde, kaum mehr jemand in der Lage, das Erste von Zweitem zu unterscheiden. Neben der Morddrohungen, den Beleidigungen und Verleumdungen erreichte mich mit der Zeit aber auch eine Welle der Solidarität, die sich letztlich in einem offenen Brief materialisierte. Über 400 Personen des öffentlichen Lebens hatten ihn unterzeichnet. Darunter auch, und das ist bei dieser Geschichte wichtig, zahlreiche Jüdinnen und Juden. Interessanterweise schienen diese Stimmen letztlich aber nicht den Impact zu haben, den die Bild-Zeitung hatte, als sie die Deutung so heute darüber beanspruchte, was als antisemitisch gilt und was nicht. Jüdische Stimmen wurden somit gezielt ignoriert und delegitimiert. Alles unter dem Vorwand der Antisemitismus-Bekämpfung. Als ich schon zu hoffen wagte, der Sturm sei endlich an mir vorbeigezogen, legte die Bild-Zeitung nach. In investigativer Manier hatten sich Redakteure auf meinem Instagram-Profil umgesehen und Likes aus diesem Jahr gefunden, die sich unter Beiträge der Seite Jewish Voice for Peace gesetzt hatten. Dabei handelte es sich um eine der größten linken jüdischen Organisationen in den USA, die sich antizionistisch positioniert. Sie unterstützt etwa in weiten Teilen BDS und arbeitet mit palästinensischen Grassroots-Bewegungen zusammen. Jewish Voice for Peace übt Druck auf die amerikanische Regierung aus, damit diese ihren Beitrag zu einem gerechten Frieden in Israel und Palästina leisten. Damit alle Menschen vor Ort dieselben Rechte und Freiheiten erlangen. Die Vorwürfe, die die Bild-Zeitung gegen mich erhob, bezogen sich sowohl auf Postings, die zum Boykott von Waren aus Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten aufriefen, als auch auf Postings, die sich mit Slogans oder mit dem Ausbruch der sechs inhaftierten Palästinenser aus dem israelischen Hochsicherheitsgefängnis befassten. Dass aus dem Posting zum Ausbruch der Gefangenen nicht ersichtlich war, weshalb diese überhaupt im Gefängnis saßen, wurde dabei mutwillig verschwiegen, um mir eine Affinität zu Gewalttaten unterstellen zu können. Dass die EU selbst eine Unterscheidung zwischen Produkten aus dem Kernland Israel und solchen aus den völkerrechtswidrigen Siedlungen vornimmt, indem diese nach EU-Recht einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, wurde ebenfalls unterschlagen. Dem WDR allerdings reichte die verfälschende Einordnung seitens der Bild-Zeitung, denn kurz darauf folgte die Beendigung meiner Beschäftigung als Moderatorin bei dem Sender, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Dass die Beschäftigungsverhältnisse anderer WDR-Mitarbeiter ebenfalls in Bezug auf Aktivitäten und Likes auf Social Media hin überprüft werden, wage ich zu bezweifeln. Dass mit dem ehemaligen israelischen Botschafter in Deutschland Avi Primor und dem Historiker und Antisemitismusforscher Professor Moshe Zimmernumann zwei prominente Stimmen öffentlich jeden einzelnen Vorwurf der Bild-Zeitung entkräfteten, hat den WDR auch nicht zur Umkehr bewegt. Der WDR versucht, sich aus der Schusslinie zu ziehen. Im Gegenteil, der WDR hat sich in Hoffnung, sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen, allen Argumenten der Bild-Zeitung angeschlossen und somit auch zukünftigen Kampagnen Tor und Tür geöffnet. Neben den Stimmen, die in dieser Debatte gezielt ignoriert wurden, sind bestimmte Themen nie offen verhandelt worden. Es gab etwa keinen ehrlichen Diskurs darüber, wie sich Antisemitismus von israelkritischen Positionen abgrenzen lässt und worin etwa die deutsche Verantwortung gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Israel-Palästina besteht. Avi Primor und Moshe Zimmermann legten in das offen, was dem deutschen Auge bislang entgeht, dass die Palästina-Frage Gegenstand innerjüdischer Debatten auf der ganzen Welt ist, dass diese Debatten oft um einiges differenzierter verlaufen als jede Debatte im deutschen Mainstream. Wer jüdisch ist, ist nicht automatisch rechtskonservativ und glühender Verfechter des Siedlungsbaus der israelischen Regierung und wer jüdisch ist, ist auch nicht automatisch dafür, dass sämtliche Debatten über Palästina, auch solche, die nicht im Wagen bleiben und sich Frieden lediglich symbolträchtig herbei wünschen, unterbunden werden. Avi Primor und Moshe Zimmermann kommen letztlich zu dem Schluss, dass der Artikel, der Bild darauf abzielte, eine Frau mit palästinensischem Hintergrund zu diskriminieren oder auch zu canceln, was es ja nicht gibt. Meine Geschichte ist essentiell mit Israel und Palästina verbunden. Meine Generation, die hier geboren und aufgewachsen ist und ihre Wurzeln in Palästina hat, ist mit der kollektiven Erfahrung aufgewachsen, dass unsere Eltern uns stets eingebläut haben, zu schweigen, wann immer es um Nahost geht, weil sie offenbar wussten, was wir nicht wahrhaben wollten, dass alleine unsere bloße Existenz in diesem Land eine Provokation darstellt und unsere Solidarität mit den palästinensischen Menschen in Nahost unerwünscht ist. Wir sollten schweigen, wenn Menschenrechtsverletzungen geschahen, wir sollten schweigen, wenn Palästinenser vertrieben wurden, wir sollten schweigen, wenn hier in Deutschland eine Symmetrie in kriegerische Auseinandersetzungen hineinfantasiert wurde, die nie existiert. Was es in des gab und gibt, ist eine der am besten ausgestatteten Armeen der Welt und eine Bevölkerung, die unter einer seit nun fast 55 Jahren anhaltenden Besatzung steht. Die Situation in Israel und Palästina ist de facto einzigartig. Ich bin Palästinenserin und meine Familiengeschichte ist auf alle Zeit mit der Geschichte des Staates Israels eng verbunden. Meine Großmutter musste mehrfach fliehen, als Israel entstand. Das Dorf, in dem mein Vater geboren wurde, existiert nicht mehr. Meine Mutter wurde als Jugendliche in den engen Gassen ihres Heimatdorfs im Süden Libanons von israelischen Soldaten angeschossen, während ihre Mutter unfähig einzugreifen, ohne sich in Lebensgefahr zu begehen, dabei zusehen musste. Morgens haben meine Tanten als Mädchen und junge Frauen den Dreck weggemacht, den die israelischen Soldaten über Nacht auf der Terrasse ihres Elternhauses hinterlassen hatten. Mein Onkel, ein Soldat in der libanesischen Nationalarmee war, wurde während des Krieges 2006 von israelischen Soldaten in Gefangenschaft genommen. Wir wussten tagelang nicht, wo er war, ob er überhaupt lebt. Meine Geschwister und ich haben unseren Eltern dabei zugesehen, wie sie stundenlang hilflos auf den Fernseher starrten, auf dem 24-7 die Nachrichten von Al-Chassirer liefen. Meine kleine Schwester fing an, tote Menschen und Panzer zu malen, während tagsüber in der Schule niemand ahnte, dass in unserem Wohnzimmer der Krieg Einzug gehalten hatte. Ich bin und bleibe Palästinenserin, ob das der deutschen Öffentlichkeit nun genehm ist oder nicht. Und ich verwehre mich dagegen, diesen Teil meiner Identität zu verleugnen. Die letzten Wochen zeigten, dass sich im Land der Täter qua Geburt zur Antisemitin erklärt werden sollte. Wie kommt man dazu? Welche psychologischen Prozesse arbeiten im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, die ermöglichen, die eigene Geschichte derart umzudeuten, dass Antisemitismus immer nur bei den anderen, beziehungsweise den zu den anderen Gemachten verortet wird, dass Schuld systematisch ausgelagert wird auf die Palästinenser, die Araber, die Muslime, die vermeintlich neuen Antisemiten. Die Reaktion des WDR zeigt exemplarisch, dass es schlecht steht um die vielfach gerühmte Debattenkultur in diesem Land. Was ich dabei vermisse, ist Ehrlichkeit. Bin ich in den Augen des Senders nun eine handfeste oder nur eine verkappte Antisemitin? Dann dürfte man mir nachvollziehbarerweise auch nicht das Angebot machen, hinter der Kamera als Autorin tätig zu sein, wie man mir seitens des WDR vage in Aussicht gestellt hat. Bin ich es nicht? Warum wurde ich dann gefeuert? Ich hätte mir vor allem gewünscht, anhand meiner journalistischen Arbeit beurteilt zu werden, für die es klare Qualitätskriterien gibt. Im Vorfeld der Debatte um meine Person hatte eine solche Beurteilung bereits stattgefunden, nachdem ich mich im Auswahlprozess gegen meine Mitbewerbenden durchgesetzt hatte und als Journalistin und Ärztin die nötigen Qualifikationen vorweisen konnte. Es ist ernüchternd zu sehen, dass dies für ein Arbeitsverhältnis entscheidende Maßstäben plötzlich keine Rolle mehr spielen. Das, was unsere palästinensischen Eltern uns im Subtext mitteilen, wofür sie keine Sprache fanden und umgekehrt Sprachlosigkeit von uns einforderten, war, dass wir nur so lange in diesem Land geduldet sein würden, wie wir den Konsens der Mehrheitsgesellschaft nicht antasteten. Ich bin, wer ich bin und das beeinflusst die Art, wie ich die Welt sehe. Dass meine Perspektive als Frau mit palästinensischen Wurzeln ausgeblendet wird, ist schmerzhaft, aber naheliegend. Mittlerweile weiß ich, dass erlernte Hilflosigkeit sich auch wieder entlernen lässt. Nämlich, indem man sich selbst wieder handlungsfähig macht. Für mich bedeutet das, meine eigene Geschichte zu erzählen. Ich glaube, wer es anderen überlässt, das eigene Narrativ zu setzen, ist immer schon zum Scheitern verurteilt. Ich bin nicht, wozu man mich wachen will. Ich bin auch kein hilfloses Opfer. Ich bin eine Stimme. Und ich will für mich in Anspruch nehmen dürfen, meine Sicht auf die Welt einzubringen, so wie alle anderen Menschen auch. Kluge Frau Kluge Frau, die Nemi El-Hassan und ich bin einer ihrer Champions. Ich werde für sie kämpfen, gegen jeden kleinen, geschissenen Husu, der glaubt, dass er sie fertig machen kann. Ihr Motherfucker! Und ich habe da im Chat auch einen Motherfucker! Ui, wer weint denn da? Der Systemfehler weint. Ui, warum tut er denn weinen, der Systemfehler? Systemfehler ist schon traurig. Was hat er denn? Systemfehler, ach so, ja, Systemfehler lebt in der Corona-Diktatur. Ja, das tut mir sehr leid für dich. Systemfehler. Dass du in der Corona-Diktatur zu Hause bist, muss ich schon sagen, dass ich Mitleid habe mit dir, aber halt nur für den zelebrierten Wahnsinn, den du da zur Sau stellst. Zur Schau stellst. Ich meine, du glaubst den Scheiß ja wirklich, gell? 18 Monate lang könnt ihr demonstrieren gehen, euch aufregen und trotzdem bist du zu Hause in der Corona-Diktatur, gell? Würstchen. 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 Vielen Dank.